Ja, Jagat Amba, die Weltenmutter, haben wir angerufen. Ich vermute mal, dass es vielen von uns im Moment so geht, dass wir nach der göttlichen Mutter rufen oder dem göttlichen Vater oder ist egal, ob wir Mutter oder Vater rufen. Es gibt ja, ich lese gerade immer Botschaften von Amma zur Corona-Zeit und einige habe ich noch. Heute ist die vierte Nachricht von Amma. Amma ist ja eine weltliche Weltenmutter, also sie lebt, genau, Jahrgang 53, genau. Und normalerweise reist sie ja immer durch die Lande und umarmt alle Menschen. Ich weiß gar nicht, wie sie das im Moment macht. Wahrscheinlich umarmt sie sie jetzt eher nur so physisch, denke ich mal. Aber ihre Botschaften sind sehr, sehr schön auch. Teil vier. Wir haben begonnen, die ganze Welt als Unternehmen zu sehen, nicht als eine Familie. Wenn wir die Welt als eine Wirtschaft oder als ein Unternehmen sehen, können wir nur die Aussicht auf unbegrenztes Wachstum schätzen. Ein solches Wachstum ist jedoch nicht immer vorteilhaft. Krebszellen zum Beispiel haben ein grenzenloses Wachstum und deshalb töten sie jemanden. Ebenso ist das Wachstum, das der Gesellschaft nicht hilft, nicht die richtige Art von Wachstum. Es wird die Gesellschaft und den Einzelnen zerstören. Wir haben jetzt nur noch die Einstellung von Nehmen, Nehmen, Nehmen. In einem Haus mit vier Bewohnern gibt es vier Autos. Manche Häuser mit vier Bewohnern haben acht Autos. Und Geschwindigkeit ist von höchster Wichtigkeit. Anstatt zehn Stunden mit dem Auto zu reisen, nehmen die Leute ein Flugzeug, um in einer Stunde anzukommen. Da das Leben selbst so schnell geworden ist, hat jetzt auch der Tod Fahrt aufgenommen. Eine erhöhte Pflanzenproduktion und andere Erfindungen wurden gemacht, um den weltweiten Hunger und die daraus resultierenden Todesfälle zu verringern. Größere Tomaten, Mangobaumhybriden, die in drei Jahren blühen und so weiter, wurden erfunden, um auf den Hunger zu reagieren und ihn einzudämmen. Wir haben künstliche Methoden, wie das Spritzen von Hormonen entwickelt, um die Fleischproduktion, das Gewicht der Tiere zu steigern. Infolgedessen konsumieren die Menschen giftige Lebensmittel. Darüber hinaus wurden Bäume gefällt, was zu einer stärkeren Luftverschmutzung führt. Der Boden wurde mit chemischen Düngemitteln verschmutzt und die Lebensdauer der Erde hat sich verkürzt. Der Boden wurde so stark beeinträchtigt, dass er nicht mehr auf Dünger reagiert. Fabrikschadstoffe haben die Luft verunreinigt und das ist es, was wir heute einatmen. Flüsse sind verschmutzt. In einigen Gegenden wird dem Wasser jetzt willkürlich Chlor zugesetzt. Wir müssen auch hier vorsichtig sein. Chlor sollte nur in der vorgeschriebenen Menge hinzugefügt werden. Hohe Chlorwerte im Wasser führen zu Krebs und Übersäuerung. Die Atmosphäre ist nicht in der Lage, uns mit genügend Immunität zu versorgen. Und auch das, was wir essen, stärkt unsere Immunität nicht. Eine geringe Immunität in der Nahrung und eine geringe Immunität in unserem Körper haben unseren Körper schwach gemacht. Kinder sind heutzutage nicht in der Lage, sich ohne Antibiotika von einfachen bakteriellen Infekten zu erholen. All dies ist in nur wenigen Jahren geschehen. Jetzt wird nach neuen Medikamenten gesucht. Der menschliche Körper ist schwach geworden. Nehmen wir den Fall von Hybridpflanzen. Zum Schutz müssen sie regelmäßig gedüngt und besprüht werden. Wenn dieses Spray nicht regelmäßig verabreicht wird, können sie leicht von Schädlingen befallen werden. Sie werden mit winzigen Würmern bedeckt, die die Pflanze zerstören. Die Pflanze hat keine angeborene Kraft, um die Würmer zu bekämpfen. Hybridkühe, Hybridrassen von Geflügel und Hybridpflanzen wachsen nur in günstigem Klima. Die Umgebungstemperatur muss reguliert werden. Besondere Ställe und Futter werden ebenfalls benötigt. Einheimische Kühe, Geflügel und Pflanzen brauchen das alles nicht, um zu wachsen. Auch die Menschen werden wie diese hybriden Tiere und Pflanzen. Bald müssen wir vielleicht mit Sauerstofftanks auf der Erde leben, wie Menschen, die zum Mond reisen. Heutzutage sind die Menschen gegen alles allergisch. Ob Pflanzen, Blumen, Früchte oder Gemüse. Die Natur teilt ihre Fülle mit Tieren und Menschen gleichermaßen. Vögel und Tiere helfen Pflanzen, ihre Samen zu verteilen und ihre Reichweite zu erweitern. Bäume bieten Schatten für Tiere und Schutz für Vögel. Exkremente von Tieren und Vögeln versorgen Bäume und Pflanzen mit organischem Dünger. Bäume und Pflanzen verschönern die Erde mit ihren schönen Blättern und Blüten. In der Natur haben wir überall wunderschöne Bilder von Liebe, Einheit und gegenseitiger Abhängigkeit. Dies ist, was die Menschen in diesem Land von Bharatam, also Indien, als Yajna, Samskara bezeichneten. Unser Leben auf diesem Planeten ist möglich geworden durch die gemeinsamen Bemühungen all dieser Wesen. Flüsse, Bäume, Honigbienen, Schmetterlinge, Regenwürmer, sie alle spielen eine Rolle in unserer Existenz. Ohne sie werden wir nicht existieren können. Ein Flugzeug kann nicht mit einem kaputten Motor fliegen. Es kann auch nicht fliegen, wenn eine einzelne lebenswichtige Schraube fehlt. Selbst das kleinste Ding ist wichtig und hat seinen Platz. All diese Dinge sind zusammengekommen, um uns zu erschaffen und zu erhalten. Wenn wir die Natur als Baum betrachten, können wir sagen, dass ihre Wurzeln, Äste, Blätter, Blüten und Früchte alles ihre Geschöpfe sind. Der Baum wird nur vollständig sein, wenn all diese Teile zusammenkommen. Wenn einer dieser Teile zerstört wird, werden sehr bald auch alle anderen Teile zerstört. Wenn es keine Natur gibt, wird es keine Menschheit oder menschliche Kultur geben. Aber selbst wenn es keine Menschheit gibt, wird die Natur weiterhin existieren und gedeihen. Wir können uns diese Pandemie als Warnung der Natur vorstellen, sie mit Respekt behandeln und schützen. Dies ist eine Zeit für die Menschen, die so stolz darauf sind, übermäßig mächtig zu sein, sich ihren eigenen Schwächen zu stellen. Es ist an der Zeit, dass wir dies erkennen. Es ist die Pflicht der Menschen, alle Lebewesen zu schützen und die Natur als unsere Mutter und andere Wesen als unsere Brüder und Schwestern zu sehen. Es ist höchste Zeit, dass dieses Bewusstsein in uns aufsteigt.